Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk ... ... ... ... Damit... Es gibt ja gar nichts von mir, was du willst, dass du da rauskommst. Siehste? Hattest du gesagt? Ich schaue vor sich. Schaue vor sich? Erlaub ich mir! Kann es Frau sagen, dass er sie nicht noch runterfällt? Ja, dann geht es mir. So, jetzt... Aber ich bin schön. Ich bin gerade davor. Beide Punkte. Ich meine... Der spannende Satz ist Volta. Ja, genau! Ah! Oh! 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 Oh, das ist Volta. Oh, das ist der Fall. Hey, Frau, CDU. Und da sieht eine Schrope aus. Ja! Ja! Na, woher? Auf, woher! Ja! Da ist die Schrope. Ja! Das ist doch der собer Börden. Das ist doch schön, dass wir von der Tarnsohlung ausruhen, sei was. Tarn. ... und dann vor die Dachle. Ich kriege auch ein Foto. Ich möchte jetzt noch ein bisschen. F-30. 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 H-3. F-30. 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 F-31. F-70. F-70. F-31. F-60. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020